jo leute und willkommen zurück zu pokémon mond ja mal gucken was wir heute finden da kommen wir mit taus gar nicht lang okay ich hab mich schon gewundert eine zigarrezelle jahre ja mit der zigarrezelle kann man bald zigarre rufen also wenn man mindestens zehn prozent hat also mindestens zehn prozent von den ganzen 100 stück hat weil es gibt nämlich 100 stück also 100 prozent wow das sind prämien prämien bellen wie heißen die mann fach so gegen mann fach so und sein mann fach so ist sogar schwächer primi 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 erball okay mal gucken wer gewinnt ich glaube meins durchbruch wow mit einem teckel willst du mir schaden machen du willst mich du nicht mehr spitzkopf du nicht mehr spitzkopf jetzt kriegst du deinen spitzkopf wohnen den den lindern aber seine geschwindigkeit wird einfach nicht höher also also das punkt ist einfach lahm ich glaube ich gebe ihm ja ich glaube ich gebe ihm die flingklaue dann greift er auch mal zuerst an welches pokémon war es jetzt was kommt kingworm ja drachen pokémon kann kopfnuss und feierodem dann dann was geht es zu mich eigentlich verarschen ja genau da treffe ich nicht mehr junge die attacke sind überpowered den den glute du und deine glute junge hier chill mal den leben bumm den 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 die den der der dış warte 18 auf 3 den lied die Und jetzt bewegen sich die Trainer noch nicht mal mehr. Die sind so faul geworden, dass sie sich nicht mal bewegen. Ein Pokémon-Trainer. Und Faxo, du kommst nach hinten. Magditon regelt das jetzt. Was ist denn das? Hä, was war das denn? Der stirbt genau neben ihm und er... Ja, genau. Hat der Probleme oder so? Da ist das normale Radfratz. Komm, du schaffst das. Komm, du schaffst das. Komm, du schaffst das. Ja, du schaffst das. Und boom. Magnet Bombe. Du bist eine Bombe. Du bist nämlich eine Magnet. Bombe. 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 Ha. Das Smartphone ist kaputt. Das Smartphone ist kaputt. Nee, Abra kann ja noch gar nicht kämpfen. Es hat ja noch gar keine Attacke zum Angreifen. Scheiße. Okay, dann muss ich wohl doch Blaselthos nach vorne tun. Na gut. Oh, hi. Hi, Trainer. Na, wie geht's dir? Dinn. Du willst, dass ich ein Pokémon-Ei... Ein Pokémon-Bad... Ein Pokéball esse? Ich hab keinen Bock. Hyper Sprintangriff. Silberhauch. Das ist eine coole Attacke. Was? Du Scheißkerl. Das ist nämlich die Fähigkeit von dieser Attacke. Mit einer niedrigen Genauigkeit erhöht er Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Initiative. Ja, auf einmal. Jetzt gibt es den Hypersprint-Angriff. Jetzt reicht es mir wirklich. Wasserdüse und Boom! K.O. Tja, das hast du wohl nicht erwartet. Ich werde nämlich dein Pokéball nicht essen. Hier ist es ja richtig trostlos. Ach, der will jetzt gegen mich kämpfen. Ne, doch nicht. Will der kämpfen? Pikachu und Co. Ey Junge, dein Pikachu regt nur auf. Es ist scheiße. Junge, kannst du mal bitte wieder ein Pokémon fangen, Junge? Immer noch zwei. Der sagt Pikachu und Co. Und es ist immer noch ein Pokémon, Junge. Junge, ich werde dich jetzt rasieren mit dem Hypersprint-Angreif. Elektro-Ball. Junge, du kannst mich mal. Hypersprint-Angriff. Jetzt reicht es mir endgültig. Boom! Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Oh, der hatte vor, was ich machen wollte. Ja, okay. Wasser diese. Ah, sein Pokémon hat sich auch entwickelt. Ähm, Pflanze. Hm. Da benutze ich doch nochmal mein Flug-Pokémon. Komm zurück, Blisetos. Du bist ran. Auch wenn du mir nicht gefällst, du bist das Einzige, was... Ne, der hatte ja den Feuerstarter. Der hatte ja den Feuerstarter. Ach, bin ich scheiße. Ja, und jetzt wird er auch noch seine Zettattacke eingelaufen. Welche ist es? Hypersprintangriff. Junge, kopier mich nicht. Ich dachte gerade an, dass er den Pflanzenstarter hat. Aber hat er ja gar nicht. Dann hätte ich rein theoretisch eigentlich mit meinem Pokémon drinbleiben können. Boah, scheiße. Okay. Jetzt reicht's mir. Blasertos, du bist dran. Los, Blasertos. Bam. Wasserdüse. Feierzahn. Dein Feierzahn kannst du dir sonst wo hinstecken. Wasserdüse. Boom. Zettattacke. Das ist die Zett. Wasserdüse. Yeah, Level 20. Abra. Oh, Junge. Erlern mal was. Vernünftiges. Warum entwickelt sich kein Pokémon? Was heißt... Aus der Entfernung willst du mir ein Item geben? Ja, genau. Kannst du auch mal bitte ein neues Pokémon fangen? Junge. Du, mit zwei Pokémon... Das geht nicht. Da wirst du mich niemals toppen können. Okay. 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 Dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün-dün. Okay. Hab ich vielleicht ein Pokémon, was ich gegen Slime ertauschen könnte? Hm, was könnte ich gegen Slime ertauschen? Vielleicht die Amankey? Ja, ich lass es so werden. So, ich hab kurz mal die Pokémon geordnet. Attacken hier, Items. Und das alles. Gemacht. Ja, eine Dame. Ui. Ja, genau. Da kommt er mit so... Äh, kommt die mit so einem Pokémon an. Ja, genau. Stürb doch. Ja, genau. Jetzt kommt er. Ah! Du ja. Bun. Komm. Bis zum 1984 zu 4. Nein, 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 nein. algunos haven wir jetzt. Falso noch mal dieduct detergung. Das war's. Aus sich und habe für mich perfekt. Oh, nein, nein, klar. Kommt der founded. Opa. Oh, nein. Auf das ist ein Problem. Warum? Davor hat es auch nicht so viel Schaden gemacht. Betrug. Ihr seid ja tot. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Tja, wie schon gesagt, das werde ich dann nach der Story dann alles machen. Bis, Mark! Ah, da haben wir es. Schutze! 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 Oh. Ein Wollkeks. Ja genau, diese Keks. Keks. Ach komm. Aus der fünften Generation. Ach hier, Mann, fuck, du bist ja schon tot. Flucht. Keiner kann Trugschlager lernen. Willst du mich eigentlich verarschen? Ähm, nein. Da wollte ich nicht hin. Ich geh Gott in den Pokémon Center zurück. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal, im nächsten Part. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.